Also ich freue mich riesig auf der ersten TVD-Career Fair zu sein heute und habe auch schon super viele spannende, interessante Leute getroffen, was großartig ist. Und habe halt hier auch die Gelegenheit nochmal mit speziellen Unternehmen zu sprechen und ein bisschen kennenzulernen aus verschiedenen sozialen Bereichen. Als Student von Public Policy in meinem letzten Semester, hat diese Karriere für mich eine große Erfahrung gemacht, zu sehen, was ich in den nächsten paar Monaten potenziell machen könnte, nachdem ich meine Studierungen beendet habe. Ja, der Kino-Talk von Kieran Kleinschmidt war mega inspirierend. Er hat halt gezeigt, dass der klassische Karriereweg manchmal einfach nicht sein soll. Und aber die unterschiedlichen Karriere-Schritte, wenn man es als Karriere bezeichnen möchte, einen vielleicht mehr erfüllen als 30 Jahre in derselben Firma zu arbeiten. Ich glaube, es ist ein sehr guter Schritt, in der positive Richtung. Wir sehen uns auf die Dinge, die wir wollen in der nächsten Zukunft erreichen wollen. Wenn wir zusammenarbeiten und wir brainstormen, ich glaube, es wird eine lange Zeit, um die Welt zu verbessern, die wir wollen. Ich glaube, es ist wirklich fantastisch, dass wir hier sein. Danke. Danke. Vielen Dank.